GAMESCOM 2017 in Köln und jährlich grüßt das Murmeltier. Ich bin wieder da, ich bin gespannt, wer noch so alles da ist. Was sind die Trends? Welche verrückten Leute sind hier? Auf geht's ins Getüppel! Hallo. Na? Ich bin Louena, ich bin Francaise. Ich bin Louena, ich bin Francaise. Ich bin Oliver, ich bin Germain. Schön, dich zu treffen. Schön, dich zu treffen. Sind du alleine hier? Ähm, gerade jetzt, ja. Ja, du hast keinen Freund? Kein, was? Kein Freund? Oh, ähm, Freund ist operiert. Absolut. Ich trage das nicht. Warum tragst du es nicht? Hä? Warum willst du es nicht tragen? Weil ich genug zum tragen habe. Aber wem hast du das denn jetzt gesagt? Mein Vater. Das ist aber ganz schön frech. Dein Vater fährt mit dir hierher, macht alles, kauft dir noch ein T-Shirt und dann wirst du noch patzig. Findest du das gut? Findest du das gut? Wie alt bist du denn? Ich bin 15. So, und jetzt will ich nichts mehr hören. Ab ins Zimmer. Ab ins Zimmer und kein Mittagessen. So, where do you stay here overnight? Ähm, with friends. On a home. Very good. So, what do you do tonight? Where from French are you? What? Where from France are you? I'm from France, yeah. Yeah, where? North. North, yeah, North? On the west. On the west side. Very good. West side. Alter, was geht? Und sag mal, danke Papa, dass wir heute hier sind. Danke Papa, dass... Mit Hofknicks, mit Hofknicks. Danke Papa, dass wir heute hier sind. Aber gerne doch. So. Ja. Und wegen der Haare, da reden wir nochmal mit Mama zu Hause drüber, oder? Der hat das Billard. So. Es ist auch Zeit, einfach mal eine neue Partnerin zu finden für dich. Ja, unbedingt. So. Also. Viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. So, what game is this? It's not a game, it's a character I imagined. So. And what is the character about? Is it about... It's a succubus. Succubus. I don't know if you have this word, but... Yes, yes, yes. We have this is just... This will hurt if you kick somebody. Wanna try? Yes. Better not. How old are you? I'm 24. That's perfect age. So. Have a good time. Thanks. Free hug. Thanks. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ich glaube, dass die Angela vorne ist. Was ist mit der? Sie ist vorne. Du glaubst, dass sie die Bundestagswahl gewinnt? Wow! Habe ich schon gewonnen? Muss ich noch was aufkratzen? Ja, du musst alles gewinnen. Das ist ein bisschen schlecht. Warte, ganz kurz. Ich muss hier mal... Ah, warte, hier. Was kann man jetzt mit diesem Code machen? So einen Monat kostenlos zocken. Ja. Also, ich würde es nicht nutzen, wer es immer als Erste sieht. Viel Spaß! Einfach, wenn große Menschenmassen sind, einfach sich dazwischen stellen. Wir spielen! Dann riechst du dich in Ordnung, bevor sie ihn sehen. Siehst du nicht, dass ich jetzt schon wieder bin? Ja. Ja.